Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von einfach elektrisch. Ja, ihr habt es gesehen, Xiaomi startet jetzt auch mit Automobilen und zwar rein batterieelektrisch. Das erste Meisterwerk soll der Xiaomi MS11 werden, der dann schon 2024 spätestens in China auf den Markt kommen soll und dann aber auch kurze Zeit später zu uns hier nach Europa kommen soll. Ja, 2023 wird dann schon die Weltpremiere erwartet und jetzt wurden die ersten Bilder geleakt von dem Xiaomi MS11 und die wollen wir uns hier und heute in diesem Video mal gemeinsam anschauen. Bevor wir das tun, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfallelektrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt und dann verpasst ihr auch in Zukunft solche interessanten Videos nicht mehr. Jetzt lasst uns mal losstarten mit den Xiaomi MS11. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne und schauen mal auf die Bilder des Xiaomi MS11. Dadurch, dass sie geleakt sind, sind sie natürlich nicht hochauflösend und in der allerbesten Qualität an dieser Stelle dafür schon mal eine kleine Entschuldigung, weil ihr da sicherlich hier auf dem Kanal auch immer sehr verwöhnt seid. Ja, schöne flache Frontpartie, schön tief runtergehen zum Kennzeichenhalter. Links und rechts moderne LED-Scheinwerfer, die wir uns später auch noch mal en detail anschauen wollen. Und was wir auch entdecken, oben am Dach ist ein dicker, fetter LiDAR-Sensor. Das heißt, Xiaomi möchte auch zukünftig ins Autonome fahren, in verschiedenen Leveln. Dann mit Einsteigen an den Kotflügeln erkennen wir wahrscheinlich auch Kamerasysteme, die nach hinten gehen. Und wir sehen, dass es sich um ein rein batterieelektrisches Fahrzeug von der Konzeption handelt. Nur unter dem Kennzeichenhalter, schauen wir uns auch noch mal gleich on detail an, haben wir dann Lüftungsschlitze. An den Seiten so ein bisschen Aircurtains. Das war halt auch eine sehr, sehr gute Aerodynamik bekommen, um dann halt auch daraus resultieren, eine hohe Reichweite zu erzielen. Größenmäßig soll er sich wohl einordnen. In etwa, man hat ihn auch schon auf der Straße stark als Prototypen verpackt fahren sehen. Dann so in der Größe ungefähr wie das Tesla Model 3 und vergleichbare Fahrzeuge. Das heißt, hier will Xiaomi halt auch so einen kleinen Frontalangriff vielleicht starten. Ja, schauen wir so ein bisschen auf die Nähe. Sehen wir hier die Belüftung für die Klimaanlage und das Thermalmanagement sehr, sehr schön abgesetzt. Und wir haben natürlich auch noch mal hier die LED, Voll-LED-Scheinwerfer noch mal on detail mit dem Tag verlegt, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir zumindest mal LED-Auf- und Abblend-Modus bekommen. Aber vielleicht sogar auch Matrix-LED-Scheinwerfer. Das würde uns ja sehr, sehr gut gefallen, um dann halt auch bestmöglich bei Fernlicht den Gegenverkehr ausblenden zu können. Das ist eine Technik, die sich eigentlich schon recht weit fortgeschritten hat. Ja, wir wollen so ein bisschen auf die Felgen schauen. Auch da haben wir mal so ein bisschen herangesoomt. Nicht nur schöne Felgen hat er schwarz und Teile hochglanzpoliert, sondern auch dahinter eine schöne große Bremsanlage, die natürlich darauf deuten lässt, dass der Xiaomi MS-11 dann wahrscheinlich auch performant sein wird. Wir vermuten ihn mindestens mal mit einem Motor, aber auch wahrscheinlich in einer Allrad-Variante dann mit zwei Motoren, sodass uns da auch jede Menge Power und Performance erwarten kann. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine fünf Minuten. Und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung, über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte in der Videobeschreibung nach. Geht da gerne auf unseren Link. Und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Und last but not least haben wir auch noch mal so eine Birdview hier so auf die Hackpartie. Ihr seht es, dass man hier wahrscheinlich erkennen kann, dass es sich um eine Stufenleck-Limousine handeln könnte. Schöne, moderne Rückleuchten-Design. Auch hier so ein Schwarz-Weiß gehalten. Gefällt mir richtig gut. Wir haben auch hinten die angedeuteten Aircurtains an den hinteren Kotflügeln. Wir haben schöne versenkte Türgriffe. Wir haben analoge Außenspiegel. Vielleicht wird es die auch später dann nochmal digital geben. Und wir haben ein riesengroßes Glasdach, was darauf deutet, dass man halt auch von innen sehr schön in den Himmel schauen kann. Ja, Innenraumbilder haben wir leider noch nicht. Die Batterien sollen wohl von Kettle und oder BYD kommen, sodass wir auch da gespannt sein können, welche Akkugrößen wird es geben, welche Reichweiten resultieren und auch welche Antriebsformen. Haben wir Frontantrieb, haben wir Heckantrieb oder bekommen wir auch den AWD und wenn ja, in welcher Leistungsstufe. Wie gesagt, es sind geleakte Bilder. Dafür haben wir noch kaum Informationen. Wir jetzt erwarten, dass in 2023 dann von Xiaomi die Weltpremiere erfolgt. Xiaomi ist ja bekannt durch Notebooks, durch Tablets, durch Handys und zum Teil auch durch Fernseher und hat sich auch da sozusagen hier in Europa so langsam seinen Weg gebahnt. Ist äußerst beliebt und auch äußerst technisch begabt, sodass wir davon ausgehen können, dass er auch eine gute Software, gute Betriebssysteme bekommen wird. Man munkelt auch, dass Xiaomi sogar die Elektromotoren vielleicht selber herstellen könnte. Und sie wollen hier sogar 1,5 Milliarden US-Dollar in die automobile Zukunft investieren, um dann jährlich, so ist es angepeilt, bis zu 300.000 Fahrzeuge für die einzelnen Märkte, also für den heimischen Markt und auch für Europa und die Welt dann zu produzieren. Also mega, mega spannend, was Xiaomi uns da bietet. Und ich kann euch sagen, ich freue mich schon auf die Weltpremiere, weil jedes neue Elektroauto auch so ein bisschen mehr Auswahl, so ein bisschen mehr Vielfalt bietet. Und das können wir ja gebrauchen. Am Ende wird es vielleicht sogar auch dazu beitragen, dass die ambitionierten Preise ein bisschen fallen, weil man munkelt, dass er umgerechnet in China zwischen 22.000 und 30.000 Euro, je nach Akkugröße und Motorisierung, kosten könnte. Und rechnen wir einfach mal 10.000 Euro für Verzollung, Verschiffung und Transport hierher drauf, dann würde er ja unter 40.000 Euro liegen. Und da könnte er natürlich dann vielleicht sogar auch ein ernstzunehmender Konkurrent werden für das Tesla Model 3. Xiaomi MS11. Ich bin gespannt, was sagt ihr zu den geleakten Bildern? Sagt ihr, das wäre ein Auto? Das könnte ich mir vorstellen, das gefällt mir vom Design. Oder sagt ihr, Mensch, es gibt eigentlich inzwischen genug Elektroautos auf dem Markt. Wozu brauchen wir noch den Xiaomi MS11? Da bin ich mal gespannt, was ihr so aus den ersten Bildern, aus den ersten Eindrücken sagt. Ich sage, es ist auf jeden Fall mal spannend. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die Vielfalt halt auch dazu sorgt, dass man nicht nur ein breites Angebot hat, eine höhere Verfügbarkeit von Elektroautos. Auch da sind wir ja so ein bisschen mit Engpässen momentan belegt und damit vielleicht auch verbunden. Die Auswahl und die Preise dann stärkt, respektive die Preise senkt und dann auch mehr Menschen vielleicht ihren Weg rein zur rein batterieelektrischen Zukunft finden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut gerne nochmal nach, ob ihr Teil der Einfache Elektrische Community seid, dass ihr halt in Zukunft solche und andere Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wieder bleibt gesund und bis bald, euer Olli.